Herzlich Willkommen zum ersten Teil der Serie Wie im Himmel, so auch auf Erden. Man könnte die Serie auch nennen die 0. Thora-Portion. Warum, sehen wir gleich. In diesem Teil gehen wir auf die himmlischen Dinge ein, die man in der Bibel chronologisch vor der Erschaffung der materiellen Welt einordnen würde. Da viele Bibelgläubige und Wissenschaftler meinen, dass Gott uns vorenthalte, was im Himmel geschah, bevor es zum Sündenfall Adam und Eva kam, möchte ich etwas Licht einbringen in das Ganze, was im Himmel geschah, von Anfang an bis zur Rebellion der Engel im Reich Gottes. Auch wenn wir in der Bibel am Anfang nichts davon lesen, so zeigt uns doch Gott sehr wohl mit einigen Details im Gesamtkonzept auf, was sich zugetragen hat. Man muss dazu anmerken, dass man die Bibel und Gottes Gesetze gut kennen muss, um das Konzept richtig zu verstehen. Leider kommen irrtümliche Modelle oft in Erscheinung vom Christentum, wenn es um diese Anfangsgeschichte geht, wegen dieses Unwissens. Ich werde versuchen, den Zuschauer dieses Videos erst so einfach wie möglich zu erklären und den damit verbundenen Heilsplan der Menschheit und den Zukunftsplänen Gottes. Denn alles beruht auf den Gesetzen Gottes in der Bibel, an die sich der wahre Gott selbst hält. Was er den Menschen abverlangt an Regeln, muss er selbst einhalten. Das macht einen gerechten Gott aus. Diese Serie wird aus einzelnen Teilen bestehen, wo wir uns durch die Bibel arbeiten und die einzelnen Konzepte aufzeigen, welche die himmlische Welt betreffen und die irdischen Dinge. Zu Beginn schauen wir, was am Anfang geschah. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser erste Vers in der Bibel sagt uns aber nicht aus, wie alles im Detail begann. Hierzu schauen wir in ein anderes Buch der Bibel hinein. Sprüche Kapitel 8, Vers 22 Der Jahwe besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Hier haben wir einen kleinen Einblick über die Zeit vor dem Anfang. Um sich das besser alles vorzustellen, möchte ich Ihnen grafisch aufzeigen, was genau geschah. Hier sehen Sie die nötigsten Dinge abgebildet, die wir brauchen. Es gab eine Zeit in Gott, wo es nur ihn gab in der Existenz. Und das als Geist. Das Göttliche wird in der Bibel mit Licht und Gold betitelt. Gott ist alleiniger König zu dieser Zeit. Er trägt in sich göttlichen Samen, ist fähig, geistige Kinder zu zeugen, mit diesen Samen. Dazu braucht er aber nicht, wie die Menschen, einen göttlichen, weiblichen Gott, da Gott in sich selbst alle männlichen und weiblichen Attribute vereint. Aber Gott braucht für die Zeugung von geistigen Kindern einen Träger. In der geistigen Welt ist dies eine Stadt und in der materiellen Welt sind das Menschen, die den Glauben angenommen haben. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Der Heilige Geist, eine intelligente Wesenskraft, existiert in Gott selbst als göttliches Mittel, um außerhalb Gottes göttlich zu wirken. Diese göttliche Wesenskraft handelt in göttlicher Natur und in dem Willen Gottes. Daher, sie entscheidet sowohl frei in göttlichen Absichten, aber auch im Willen des Gottes. Daher, wenn Gott diese göttliche Wesenskraft gebrauchen will, um seinem Willen durchzusetzen, dann geschieht das auch durch diese Wesenskraft. Aber Gott lässt diese intelligente Wesenskraft einen freien Raum des Willens, göttliche Absichten durchzuführen. Zum Beispiel hat diese Wesenskraft den Freiraum, Christen mit unterschiedlichen göttlichen Fähigkeiten auszustatten. Was wir in der Bibel lesen können. 1. Korinther 12, Vers 8 Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einen anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einen anderen Glauben in demselben Geist, einen anderen Geistesgaben der Heilungen in demselben Geist, einen anderen Wirkung von Wunderkräften. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Der Zugang zu dieser göttlichen Wesenskraft ist abhängig von Umständen in der materiellen Welt. Nicht jeder kann einfach Zugang zu dieser bekommen. Da es nur Gott gibt zu diesem Zeitpunkt, daher nur Zeit in Gott selbst vorhanden ist und nicht außerhalb von ihm, können wir diesen Zustand als Ewigkeit betiteln. Zu dieser Zeit gibt es nur die göttliche Natur. Alles ist also 1a. Zu dieser Zeit gibt es keinen Raum um das geistige Wesen Gott selbst. In Gott selbst besteht die Eigenschaft der Ordnung, diese wird durch Gesetze aufrechterhalten. Das Gegenteil wäre ein Gott des Chaos, der zum Beispiel machen kann, was er will. Solch einen obersten Gott gibt es nicht. Zum Beispiel kann der wahre Gott keinen anderen Gott erschaffen, der mächtiger ist als er. Jetzt würde jemand sagen, aber dann kann er nicht Gott sein, da Gott ja alles kann. Das ist ein Irrtum. Der wahre höchste Gott ist ein Gott der Ordnung und der Logik, der sich an eine göttliche Ordnung hält. Das ist aber nicht, weil er es muss oder ihn aufgedrückt wurde, sondern weil es seine göttliche Natur ist. Wenn er es nicht wäre, dann wäre er ein chaotischer Gott und wer an einen solchen glauben möchte, kann ja an ihn glauben. Wenn es solch einen Gott geben würde, dann hätte jedes erschaffene Wesen irgendwann ein Problem, wenn Gott macht, was er will. Was Gott aber auch kann, sehen wir im nächsten Schritt. Er kann aus sich selbst Götter gebären, nicht nur zeugen. Da er alle weiblichen und männlichen Attribute enthält, ist er dazu fähig und hat uns in der Natur auch ein Abbild davon gegeben, in der Tierwelt und Pflanzenwelt. Da ja sicherlich einige meinen, so etwas ist nicht möglich, dann wollen wir mal die Beweise liefern. Bekannt ist dies in der Wissenschaft unter Patinogenese, übersetzt die Jungferengeburt. Die Jungferengeburt, sie ist eine Form der eingeschlechtlichen Fortpflanzung. Ich verlinke alles dazu im Infobereich. Hier nur ein kleiner Auszug. Manche Pflanzen und weibliche Tiere, wie zum Beispiel Blattläuse und Wasserflöhe, aber auch manche Fisch- und Eidechsenarten, Schnecken sowie die Blumentopfschlange können sich eingeschlechtlich fortpflanzen, das heißt ohne von einem männlichen Artgenossen befruchtet zu werden. Durch bestimmte Hormone wird der unbefruchteten Eizelle eine Befruchtungssituation vorgespielt, worauf diese sich zu teilen beginnt und zu einem Organismus heranreift. Der Patinogenese kann entweder eine Meiose mit Einzellenbildung vorausgehen oder sie kann direkt über diploide Keimbahnzellen ablaufen. Bei Letzterer findet keine Rekombination statt. Die entstandenen Nachkommen sind Klone ihrer Mutter. Es werden also nur noch Weibchen geboren. Patinogenese wird nach derzeitigem Wissensstand auf höhere Säugetiere und Beutetiere als schwierig bis unmöglich angesehen. Grund hierfür ist das sogenannte Imprinting, welches es wahrscheinlich unumgänglich macht, dass für die vollständige Entwicklung eines Embryos je ein männlicher und ein weiblicher Chromosomensatz zur Verfügung steht. Bisher wurde Patinogenese, die auf natürliche Weise zu vollentwickelten Organismen führt, bei vielen Tierarten, unter anderem bei jenen nachgewiesen. Redertierchen, Bärtierchen, Fadenwürmern, Insekten wie den Rüsselkäfern, Gespenstschrecken, große Sägeschrecke. Bei den meisten Fransenflüglern, Hautflüglern, bei denen aus unbefruchteten Eiern Männchen entstehen, aus befruchteten jeweils Weibchen. Zuletzt zählt auch die Honigbiene, bei der ebenfalls die männlichen Tiere dadurch entstehen, dass die Königin unbefruchtete Eier legt. Gallmücken, sehr viele Milbenarten, einige weitere Spinnenarten, Krebsen, wie zum Beispiel eine Marmorkrebs, Schnecken, Echsen, vier Schlangarten, fünf Haiarten, Rochen und einige Vögel, wie zum Beispiel die Truthühner. Bei der Parthenogenese unterscheidet man zwischen obligatorischer und fakultativer Form. Im Gegensatz zur obligatorischen Parthenogenese gibt es bei der fakultativen Parthenogenese Arten, bei denen sowohl ein- als auch zweigeschlechtliche Populationen bekannt sind, Skorpione, Blattläuse, Gallwespen. Dabei treten alle Übergänge zu normal zweigeschlechtlichen Arten auf. Männchen können etwas seltener sein als Weibchen. Ihre Zahl kann sehr gering sein, aber sie treten eventuell nur noch in Ausnahmesituationen überhaupt auf. Wechseln sich bei einer Art parthenogenetisch erzeugte und sexuell erzeugte Generation regelmäßig ab, spricht man von Heterogonie. Das sollte dazu reichen. Im Christentum gibt es sehr unterschiedliche Erklärungsmodelle, was Gott am Anfang tat und was nicht. Zum Beispiel die Meinung, Gott hatte damals so etwas wie einen Zwillingsbruder, den er 4000 Jahre später als seinen menschlichen Sohn auf die Welt brachte und später nach seiner Auferstehung als Sohn adoptierte. Unfug. Oder Gott am Anfang einfach einen Sohn hatte, ohne Erklärung, wie dieser zum Sohn wurde. Er war einfach da. Gott und sein Sohn. Schwachsinn und unlogisch. Dass Gott am Anfang aus Drillingen oder Zwillingen bestand, macht zumindest mehr Sinn, als zu meinen, Gott war einfach da am Start und auch sein Sohn. Ohne Vorgeschichte des Sohnes. Auch gibt es Verständnisse davon, dass am Anfang Gott seinen Sohn erschuf und ihn zum Sohn machte. Genauso Schwachsinn. Dieses sind alles unordentliche Erklärungsversuche, die auf Fantasie beruhen, um sich die Welt zu erklären, wie sie ist. Dann gibt es noch eine Meinung, die zumindest anfänglichst mehr Sinn ergibt. Gott hatte gar keinen Sohn am Anfang. Er und der Heilige Geist waren alleine da. Der Sohn Gottes kam erst in die Welt durch den Menschen Maria. Dieses Konzept ist auch nur ein Hilfskonzept, um seine begrenzte Vorstellungskraft nach außen zu tragen und vor allem keinen auf die Füße zu treten. Dieses Konzept widerspricht den Details der ganzen Bibel. Das Konzept Gottes, wie es sich in der Bibel vorfindet, zeichne ich Ihnen nun weiter auf. Als nächstes gebärt Gott seinen erstgeborenen Sohn aus sich selbst. Dieser ist die personifizierte Weisheit Gottes. Sprüche 8, 25. Dieser hat alle Rechte und Pflichten wie ein Erstgeborener der Menschen auf Erden. Zum Beispiel erbt er vom Reich Gottes zweimal so viel wie alle anderen Söhne Gottes, außer er verkauft sein Erstgeburtsrecht oder verliert es durch schweres Fehlverhalten. Auf weitere Konzepte des Erstgeborenen gehen wir später noch ein. Dieser Sohn ist ein direkter Abkömmling des Wesens, das ihn geboren hat. Ein direkter Sprössling, was wissenschaftlich auch als Klon bezeichnet wird. Er ist sozusagen identisch mit seinem Vater, da er keine Fremdanteile besitzt von einem anderen göttlichen Wesen wie bei den Menschen. Da wir das Erbgut von Mutter und Vater und anderen bekommen und nicht nur von einem. Wir sprechen hier aber nicht von einer 1 zu 1 Kopie, sondern nur das gleiche göttliche Erbgut wurde weitergegeben. Zum Beispiel kann man einem Baum auch klonen durch Sprösslingsetzung. Das heißt aber nicht, dass der Baum dann hundertprozentig gleich aussieht und gleich viel Früchte hervorbringt als der Vorgängerbaum. Aber das Potenzial hätte er dazu. Das Wesen hat sich aber nicht verändert. Daher Gott gebiert einen Gott. Beide sind göttlicher Natur. Zum Beispiel können sie nicht sündigen. Die göttliche Gesetzgebung bestimmt aber, dass der Sohn immer seinem Vater untergeordnet ist. Daher Gott kann nicht einem Bruder gebären. Das wäre gegen die göttliche Ordnung. Der wäre dann ja seinem Bruder nicht unbedingt untergeordnet. Vor allem dann nicht, wenn sein älterer Bruder nicht mal einen Vater hat und somit nicht mal das Erstgeburtsrecht hätte, da er nie geboren wurde. Inwieweit sich Sohn und Vater noch unterscheiden, außer in der Unterordnung, darüber streitet das Christentum bis heute. Ein Beispiel. Was der erste Gott wusste und weiß, wird das automatisch dem Sohn komplett mitgegeben nach seiner Geburt? Die einen würden sagen ja, die anderen würden sagen nein. Ich stelle mir das alles sehr trostlos vor, wenn ich einen Sohn gebären würde, der mir dann nach seiner Geburt sagen würde, du brauchst mir nichts erzählen. Ich weiß schon alles. Ich weiß, was du willst und weiß, was ich machen soll. Eigentlich wäre dann eine Unterhaltung irgendwie unnötig. Da ja beide alles wissen, vor allem auch über den anderen. Was unterscheidet nun Sohn vom Vater? Zum Beispiel das. Der Vater ist in der göttlichen Ordnung nicht fähig, Mensch zu werden. Seine Abkömmlinge schon. Ich streite mich nicht mit Christen darüber, was der Sohn alles automatisch wusste und konnte und was sein Vater ihn offenbarte nach seiner Geburt. Einen Raum zwischen Vater und Sohn gab es nicht. Beide können als Götter unabhängig vom Raum existieren. Durch die Geburt des Sohnes begann das Priestertum der Weise Melchisedek. Was aus nichts anderem bestand als Gemeinschaft zu haben, später wurde dann daraus zusammen zu essen und zu trinken und zu feiern. Aber so weit sind wir noch nicht. Der Heilige Geist war zugleich auch an den Sohn mitvererbt worden. So kommen wir zum nächsten Schritt. Gottvater erschafft durch den erstgeborenen Sohn den geistigen Raum, den Himmel Gottes. Inwieweit Vater und Sohn sich vorher darüber ausgetauscht haben, dies zu tun, oder der Sohn automatisch begann, wie gesagt, darüber streiten Christen bis heute. Ich tendiere klar zum Austausch. Der Vater ließ also durch seinen Sohn den Raum um Gott durch den Heiligen Geist erschaffen und damit kommt zum ersten Mal etwas Nichtgöttliches in die Welt. Daher zum Beispiel ist es austauschbar oder auflösbar, was mit göttlichen Dingen nicht möglich ist. Nach der Erschaffung des Raumes begann auch die himmlische geistige Raumzeit. Der Heilige Geist hat nun einen Ort außerhalb des Sohnes und Vaters, wo er sich aufhalten kann. Wenn jemand meint, der Heilige Geist konnte vorher auch schon außerhalb des Vaters um ihn sein, darüber streite ich mich auch nicht. Ist auch nicht wichtig, das zu wissen. Ich persönlich glaube, dass auch zur gleichen Zeit der zweite Himmel geschaffen wurde, der für die materielle Welt vorbereitet war, die einem mehr oder weniger 1 zu 1 Kopie des geistigen Himmels darstellen sollte. Man stelle sich einfach unsere Welt vor, nur ohne Planeten und Sonne oder sonstige Gestirne. Es wäre einfach nur ein dunkler Raum. Aber warum dunkel? Da Gott in dem Raum nicht anwesend ist, den er erschaffen hat. Und wo Gott nicht ist, da ist Finsternis. Da Gott in der geistigen Welt lebt und nicht in der materiellen Welt, dennoch ist die geistige Welt abwärtskompatibel. Daher kann Gott sich in der materiellen Welt aufhalten. Ob auch materielle Körper Zugang zur geistigen Welt haben, ist für mich eher unrealistisch. Die Bibel arbeitet mit unterschiedlichen Edelmetallen, um aufzuzeigen, dass eine unterschiedliche Wertigkeit besteht in der Schöpfung. Daher kann alles, was nicht Gold ist, nicht mithalten mit dem Gold, sei es Silber oder Kupfer, gegebenenfalls auch Bronze, und ordnet sich der Wertigkeit dem anderen unter. Die Bibel kennt zum Beispiel die Unterordnung Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Stein, Holz, worauf wir später eingehen werden. Was später noch wichtig ist. Als nächstes Gott Vater erschafft durch den erstgeborenen Sohn geistige Körper, Throne, Palast, Stadt, Städte. Da ein leerer Raum, den nur Vater und Sohn und Geist ausfüllen, etwas langweilig wäre, wird natürlich jener ausgefüllt mit Dingen, die wir in unserer irdischen Welt auch erschaffen. Stadt, Städte, Häuser, Amtsgebäude, Kultur, Musik, Essen und Trinken, Regierungsgebäude, Gerichtsgebäude, ein Ausschmücken des Himmels findet statt. Mit geistigen Gegenständen und Bauten und Pflanzen, wie dem Baum des Lebens und viel mehr. Aber auch Gefängnisse wie den Tartaros, auch einen Feuersee, der lange Zeit unbewohnt bleiben soll. Dazu erschafft Gott durch seinen Sohn die Erde in der materiellen Welt als Körper. Natürlich mit einem Plan dahinter, der zukünftig erst greifen soll. Gottes Plan ist es, nicht allein mit seinem Sohn zu bleiben. Auch das wäre ziemlich langweilig auf Dauer. So liegt es in Gottes Natur, dass lebendige Wesen um ihn herum sind. Er hält sich zum Beispiel selbst an das Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Gott Vater erschafft durch den erstgeborenen Sohn geistige, lebendige Wesen. In der Bibel werden sie so beschrieben. Seraphim, Cherubim, Engel und Tiere. Diese erschuf Gott teils mit einem völlig freien Willen und teils mit eingeschränkten und wohl auch Wesen, die keinen freien Willen haben. Über Letzteres lässt sich streiten. Diese geistigen Wesen sind nicht göttlicher Natur, sondern haben nur einen Anteil göttlicher Natur. Zum Beispiel sind sie unsterblich. Diese Wesen hat Gott für den jeweiligen Zweck erschaffen. Hauptsächlich um der Familie Gottes zu dienen. Diese Wesen unterscheiden sich untereinander und unter derselbigen Wesensbezeichnung auch noch einmal. Sie haben unter sich auch eine Unterordnung. So gibt es mächtigere Geistwesen zu anderen. Darauf gehen wir in zukünftigen Teilen genauer ein. Da Gott sich dazu entschied, Wesen zu erschaffen mit einem freien Willen, barg dies Ganze aber auch ein großes Risiko mit sich, was nur eine Frage der Zeit war, bis es sich entlud. Gott hatte keinen Gefallen daran, einfach weitere göttliche Söhne zu gebären und so seine Familie zu vergrößern, sondern wählte einen anderen Weg, sein Reich zu füllen. Er wollte, dass sich die zukünftigen Kinder und die seine Knechte sich freiwillig für Gott entscheiden, ihm zu dienen und treu in seinem Reich zu leben. Er hatte keinen Gefallen daran, dass alle automatisch ihm treu sind, was sich wohl so anfühlt, als hätte man nur programmierte, perfekte Roboter um sich. Wer hätte daran schon auf Dauer Freude? Es gäbe zwar keine Probleme, aber langweilig würde es sicher werden auf Dauer. Da aber über den freien Willen und der damit bestimmten Bewährungsprobe das Böse in die Welt kommt, früher oder später, sobald jemand seinen freien Willen gebraucht, für seinen eigenen Willen und nicht in Gottes Willen zu handeln, hatte Gott im Ursprung sich mit seinem Sohn abgesprochen, was dies bedeuten würde und was alles notwendig ist, um das Ziel des Planes zu erreichen. So war dem Sohn Gottes klar, dass über diesen Weg, die Familie Gottes zu vergrößern, es eines Tages nötig ist, dass der Sohn Gottes, der mitverantwortlich ist, für das Böse in die Welt gebracht zu haben, auch einen Preis bezahlt werden muss. Dass der Urheber der Möglichkeit des Bösens auch die Verantwortung dafür übernimmt. Wohlmöglich hatte der Sohn Gottes die Wahl. Dem Vater bitten, die Familie zu vergrößern durch Gebären des Vaters von weiteren Söhnen als Brüder, in einer ewigen, ehe eintönigen Welt zu leben, ohne das Böse, ohne Leid, Schmerz und Tod und Erfahrung, ohne Dinge unter den göttlichen Wesen, die frei und lebendig sind, oder das vielfältige Leben, wo es Wesen gibt, unter Gott, die freiwillig Gott dienen wollen, ohne große Anstrengungen. Dazu auch nur weitere Brüder dem Sohnes Gottes zugeteilt werden sollen in der Familie Gottes durch eine Bewährungsprobe dieser Wesen. Da durch den freien Willen aber auch Treuebruch, Zügellosigkeit, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord in die Welt kommen würde, würde es nicht einhergehen können, als Mitschöpfer dieser Wesen ihnen nicht auch ein Friedensangebot zu machen, falls diese Wesen in die Sünde fallen würden, um sie da wieder heraus mit Gott versöhnen zu können. Was nach göttlichen Gesetzen nur möglich wäre, wenn der Mitschöpfer selbst die Verantwortung übernehmen würde und bereit wäre, in der Zeitgeschichte sein Leben hinzugeben als Opferpreis, um diesen Frieden mit Gott Vater wieder zu ermöglichen. Wir können davon ausgehen, dass der Sohn Gottes sich freiwillig für den zweiten, vielfältigen Weg entschied und somit seine Bewährungsprobe auf sich nahm. Denn er wusste zu der Zeit sicher nicht, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein, wusste aber, dass es möglich ist, das als Mensch zu meistern. So musste der Sohn wie auch die Wesen, die später sündigen würden, einen Preis bezahlen für ihr Tun, der oft mit Leid und Tod einhergeht. So geschah es, dass der erstgeborene Sohn im Auftrag alle lebendigen Wesen erschuf. Und damit beenden wir den ersten Teil dieser Serie. Im zweiten Teil schauen wir uns den Ursprung der Rebellion der Engel etwas genauer an.